Ah, ich sterbe! Ah, ich bin Tor. Okay, das war zu viele. Wow. Ich hab schon wieder auf Heim gedrückt, Leute, aber es ist wenig. Ah, ne, du bist... Ah. Ich töte jetzt Schweine, Mann. Es backt ja voll! Nice. Da ist noch ein Pferd, ne? Ja, warum greifst du das an? Kann ich Schweine nicht angreifen? Doch, Schweine kannst du angreifen, aber ich glaub, du bist in der Stadt gespawnt. Warte. Warte, die sind bei I. Davon ist bei I. Kann ich die M jetzt bitte auch wieder wegmachen, meine M? Wow, wow, nein! Also ich sterbe, ne? Ja. Verdammt, ich bin jetzt aufgestorben. Aber ich respaw natürlich nicht in der Stadt, das ist mal wieder nett. Hä, und in der Stadt kann ich die nicht angreifen, oder was? Ne, das ist der Pet District. Da kann man Tiere nicht angreifen, da laufen auch nur freundliche Tiere rum, die man zum Petterleben erzählen könnte. Ich bin doch schon! Hm? Okay, kommt ihr jetzt zu mir in die Stadt oder I? Jo, wir sind auf dem Weg. Was mache ich denn jetzt? Ähm, du suchst dir ein Feld mit Essen und sammelst das ein. Das wäre als erstes das Sinnvollste. Korn? Ne, das Essen liegt auf dem Boden. Das sind Ananas oder Kürbis. Das sind Raben. Anfangs-Eintel sind nicht so gut. Vermessern sind nicht so gut. Äh, 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 äh. Egal, kann, äh, ja, ich doch, kannst du mir ja der Potz freuen? Ne, du hast gar keine guten Pflanzen, ne? Doch, ich hab... Ich habe... 3. Oh mein Gott! Ach, man kann das, macht es dann in jede Richtung. Ah, okay, ich dachte das. Ja, jetzt sag ich das bestimmt. Also ich komme erst mit einer Karotte. Scheiß Katze! Ne, wir sind immer noch in der Stadt. Oh, da ist... Leute, ich weiß jetzt. Das sind böse Leute. Wow. Cooler Weg. Ich muss sagen, cooler Weg. In Minecraft würde ich mich jetzt einfach runterholen. Bis die Lava kommt und... Blackstone. Ne, wie heißt das? Lol. Endstone. Äh, End... nein, warte... Endstone, ja, Endstone. Endstone, das ist nicht richtig. Nein, das ist nicht anders. Hey, ich sicher? Ja, ganz sicher. Lol, der Weg erinnert ja wirklich hier. Ja, ach ne. Da kommt Olu. Wir sind ja auch in der Stadt. Ey, hier, guck mal, die Treppe! Oh mein Gott! Ja, das ist halt eben zufällig generiert, ne? Ja, aber so dumm! Ja, ist halt eben so. Hallo, ich hab meine Map in 5 Minuten geöffnet. Das ging nicht auf, jetzt geht's auf. Jetzt geht's aber wieder nicht mehr zu. Oh, hab ich euch bei euch was... Ich hab dir hierbei was gestört. Das tut mir leid, ich geh schnell wieder. Ja, beim Schlafen, ne? Ne, ne, ne. Da, ich hab ein Feld gefunden. Meine Güte, sonst findet man die immer so schnell. Und wofür braucht man die Pressen? Ähm, für Leben. Das kann Leben. Damit man zwischen den, ähm, zwischen den Kämpfen sich heilen kann. Aha. Junge, Junge, ne, ne, ich das. Ey, wir haben Rock of Engel schon mal. Ist das so Mais oder was? Ja, oder Kürbissen. Oh, nein, ist Rock of Engel. Die mir passt ja schon erkundet. Ach, du hast die gleiche, nämlich letztes Mal? Uh, sehr cool. Nicht gut. Ja, lass mal Rock of Engel kommen, wir steigen weiter. Ich hab Verrückung auf, da hoch und gehen. Ich würde erst mit Level 10 frühestens hochgehen. Ich hab nur sehr viel Anja. Ich hab gar nicht geschafft letztes Mal. Wohin denn? Da ist so ein Event auf der Map. Das kannst du noch nicht sehen, weil wir nicht da waren. Nur kennen wir halt eben schon da mit seinem anderen Schar. Und deswegen sieht er das. Und das ist so ein fetter Berg und da ist voll schwer hoch zu gehen. Und da ist ein Boss oben drauf. Und den kennen wir ja bestimmt schon mit Level 2. Mhm. Ja. Denk ich mir auch immer. Ich kann nichts mehr ansagen. Hier ist, ah gut, dann hast du genug. Ja, warte mal, das Ding backt. Das ist ja, ist es ja noch ne Alpha, aber so doll bang. Ich versuch grad mein Inventar anzukommen. Ja, das laggt immer heftig. Und vor allem kannst du nicht während des Laufens Inventar packen. Du musst dafür stehen bleiben. Und da wird die Stadt angegriffen. Da müssen wir wohl ein bisschen eingreifen. Scheiß, scharf! Besser, ich tüte mich. LOL! Ja, die sind noch zu gut. Das ist so ne Gruppe aus Blauen. Rette mich her! Die gegnerische KI, da kann man nix machen eigentlich. Ich will ja auch rein. Kannst allerhöchstens in die Mitte der Stadt laufen, falls du die findest. Und dann hoffen, dass die Dorfbewohner die töten können. Aber das können sie meistens nicht. Die sterben nämlich selber dabei. Ken sagt, oh, ich sterbe jetzt die ganze Zeit von Leib. Oder bist du gestorben? Ne, ist schon gestorben. Hey, ich hab euch das gesagt, bitte. Hä? Ist meine Frau weg? Was ist so ne Frau? Kino? So, Kino. Ja, Kino. Kann ich mich hier bei den Dorfbewohnern hinraten? Ja, kannst du. Dorfbewohner. Was in die Stadt? Geh über ein Motel. Mach mal ein paar Kinder an so. Motel. 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 Collies essen gerne Bubblegums. Oh. Bubblegums. So. Adventure-District. Adventure-Time. Oh, what time is it? Adventure-Time. Adventure-Time! Jake the dog and feel the human. Weiß nicht, wer soll er gehen? Ja, ich auch nicht. So. Ich bin mitten in der Stadt. Ich bin im Trade-District. Können wir was die machen hier? Oh, jetzt muss ich schnell. Okay. Die laufen die ganze Zeit hier gegen die Wände und so und so. Ja, die laufen halt eben random herum, ne? So. Ihr seid hier. Ja. Hi. Das hier ist der Trade-District um diesen Platz herum. Spawn die ganzen Läden. Und ein Laden erkennt man daran, dass hier so ein Schild dran ist, was er verkauft. Wo? Hier. Das ist ein Laden. Das ist der allgemeine Shop. Da ist so ein Beutel dran. Da vorne ist der Rüstungs-Shop. Ich will, ich will, ich will mir was kaufen. Hier? Ne, bei dem nicht. Der hat kein Schild dran. Das ist wahr. Da vorne ist der Rüstungs-Shop. Kannst du dir Rüstung kaufen willst? Mit der Kochmütze der? Ne, das ist eine Rüstung eigentlich, aber auch. Okay. Kochmütze. In die Ecke mit dir. Warte. Guck mal, der schämt, der schämt sich. Hm. Okay, was kann ich mir kaufen? Irgendwas. Du musst gucken, was halt eben für deine Klasse ist und was deiner Power entspricht. Hat der eine Rüstung? Der Wandglüchner hat hier aber. Was? Hat er gar keine Waffen? Ne, das ist der Rüstungshändler. Ah. Der hat natürlich eine Rüstung. Ey, Tchir, was machst du? Das Wandglüch nochmal? Mit Gandalf? Ja, wenn du irgendwie ein Hittest, hast du eine Chance, dass der nächste Zauber dich halt eben keine Zauberzeit hat. Das heißt, du musst irgendwen angreifen dafür. So. Das ist mal der Passiv sozusagen. Mhm, genau. Kann man sich auch durchlesen, dann weiß man sowas. Ja, nein. Doch. Lass es lesen. Ich kann nicht lesen. Deine Mutter kann nicht lesen. Ich kann nicht schreiben. Ich kann nicht lesen. Was ist zum Beispiel Power 29 adapted? Wie kriege ich Power 29? Durch Level-Ups und Töten von starken Monstern. Und wo sehe ich meine Power? Inventar öffnen links. Im Moment müsstest du auf 5 sein. Links. Wie links? Ach, hier links vielleicht. Power 5, ja. Mhm. Das heißt, es wäre schlau, wenn ich mir jetzt nochmal so eine normale Rüstung kaufe für Level 1. Für niedrige Power, genau. Aber später kaufe man sich hier sowieso nichts, weil das, was die verkaufen, ist meistens scheiße. Scheiße gesagt. Nein. Doch. Wieso kann ich keine Schulterschützer kaufen? Weil sie nicht für dich sind? Weil du kein Geld hast? Hä und wieso kann ich das nicht kaufen? Wo steht mein Geld? Unten unter deinem Inventar. Ich habe ein 18. Ich brauche 2. Nein, willst du mich für Arsch nicht verkaufen? Du kannst dein Equipment verkaufen. Das, was du nicht brauchst, die Schwerter. Und so. Und Fäustlinge. Also die Schlagringe. Wollen Sie eine Chili-Banane kaufen? Nein. So, ich mache mir ganz kurz ein Eisenblock an mein Schwerter. War auch. Weil ich mich mehr nicht habe. Wahnsinn, Junge. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Na. 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 Wollen habe ich jetzt nur noch 11? Kannst du mir Holz geben? Weil du was gekauft hast. Kannst du mir Holz geben? Warte mal, meine Schlagringe sind auch aus heute, oder? Keine Ahnung, musst du nachgucken. Jetzt habe ich wieder einen 15. Wenn das aus Eis ist, dann mal... Nee, das ist Gold. Ach so. Cheete. Ach nee, es ist in Silber umgesprungen. Deswegen waren da weniger Coins. Ah, okay. Scheiße, ich bin arm. Ach nee, doch nicht. Ich bin viel reicher als vorher. Ich hab 20 geholpt. Äh, äh, tschüss. Das ist wirklich Gold. Ja. Ich hab was Gold. Ich will jetzt irgendwas kaufen, aber das geht alles nicht. Hm. Musst du weiter oben gucken. Ich bin ja ganz oben gewesen. Ja, ja. Ganz oben sind die Sachen, die du kaufen kannst. Da kannst du dir nur einen einzigen Brustschutz kaufen bei dem Laden. Ach so, ich kann mir auch keine Schulterdinger oder sowas? Nee, das kannst du dir auch nicht kaufen, weil du das alles nicht tragen kannst. Ach so. Dann verstehe ich auch, warum ich hier noch stehe. Und wo kann ich mir jetzt eine Waffe kaufen, Mann? Waffe kannst du dir, das war glaube ich hier irgendwo bei mir. Ganz kurz weg. Warte, das kostet meine Map rein. Du kannst auch einfach in deiner Map ganz weit ran zoomen. Dann erscheinen die Symbole, welcher Laden wo ist. Stimmt. Und wenn du dann die Map ausmachst, ist deine kleine Overview-Map da oben auch ganz weit ran gesoomt. Ja. Und dann siehst du die auch auf der kleinen Map. Das ist vor allem für die Stadt sehr nützlich. Und dann steht auch immer oben in welchem Distrikt du bist und was um dich herum ist. Hier sollte das jetzt sein, ja. Und das hier ist der Schreiner. Hier kannst du alles mit Holz verarbeiten. Der andere hier, da wo ich gerade drum bin, ne? Weißt du, das siehst du, an welchem Schild ich bin? Da wo kennst du, das ist die Schmiede. Metall und eine Waffe verbessern. Okay. Und der Schneider ist die Schere. Da kannst du so deine, da kannst du vor allem deine Rüstung machen, also so Stoff. Und du bist ja dem Roach, trägst du nur Klamotten. Aber später wird das alles ganz einfach, also soweit du fertig, soweit du es einmal verstanden hast. Sollte es nicht allzu schwer werden. Ja, okay, ich kann mir aber gar keine Waffe kaufen. Versteig. Dann anfangs auf ist es auch relativ gut eigentlich. Ja, sie ist besser als sie dich da kaufen kann. Ja. Kannst du auch wahrscheinlich nur eine Waffe kaufen. Und... Auge töten. Warte, warte. Jetzt. Ich würde mal sagen, wir gehen Richtung Norden. Norden ist ja okay. Da kommen wir erstens am schnellsten aus der Stadt raus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ohne ihn los. Was ist mit den Kürbissen, die ich gesammelt habe? Ja, dafür müssen wir jetzt noch ein Lager vorher finden. Das ist so ein Lager, das wir aus... das wir... wo wir uns vorhin hingelegt haben. Gibt's das? Ich habe nur 19. Komisch. Ja. Es hat irgendwann aufgehört. Egal. Passiert. Ja, wahrscheinlich weil keine mehr da rumlagen. Deswegen vielleicht. Eigentlich kommt, wenn du voll bist, du kannst maximal 50 in einem Stack tragen, ne? Dann kommt so ein Geräusch, so ein E. Ne. Kletterst du jetzt so? Ne. Ja, ich bin cool. Ne, man. Ich bin cool. Okay. Okay, okay, tja. Hier, Sunbloom! Ja, Sunbloom kannst du ja leider auch nicht einsammeln. Und auch nicht abkratten. Kannst gar nichts mit machen. Warte mal. Das ist schon wieder Nacht, ne? Mhm. Beziehungsweise immer noch. Oh oh. Was ist los? Nicht auf die gehen. Nein, sie haben mich entdeckt. Ja, das sind doch nur blaue. Aber es sind zwei und das sind Orks, die haben Attacken. Die müssen auf den Magier gehen, der macht am meisten Damage. Ich weiß nicht welches der Magier, der macht am meisten Damage. Okay. Wo seid ihr schon wieder? Wir kehren schon, wir wollten erfahren haben, die du nicht kriegst. Ja, weil du als erstes Level aufgekommen bist. Oh, ich hab noch zwölf. Mami! Oh, du bist tot. Warum geht meine Lampe nicht? Das soll wahrscheinlich wieder backen, ne? Was? Ja, das dauert immer nur ein bisschen, bis das angeht. Das ist leck. Wie viel extra Level kommt? Wie habt ihr extra eigentlich? Jo, Leute. Ich blinge nicht. Ah! Er hat einen Pumpkin. Feld. Jo, aber ich seh nichts, weil es so dunkel ist. Ja, du musst den F nochmal versuchen anzumachen. Ja, ja, ich hatte das schon vor 10 Sekunden. Und jetzt sieht es wieder aus, okay? Ja, das ist, wenn du öfter drückst. Ja, ne! Kommt, dass du verzögert. Und ich muss jetzt ganz dringend ein Feld finden. Naja, nicht ein Feld, ein... Wie hieß es? Geh mir nochmal hin. Ein Lager. Ah, jetzt. Jetzt endlich. Weiter nach Norden. Norden ist hier, ich geh. Ohlom, wo bist du? Ja, ich kann ja schon. Oh, ich hab ne... richtig geilen Tunnel... Tunnel gefunden. Ich hab was gefunden, ne. Das bin ich. Oh, Alter. Ich dachte, du bist weiter zurück. Komm, wir machen mal alle Licht aus. Alle Licht ausmachen. Hm? Ja. Das sieht man sehr vielen, ne? Okay. Okay. Da sieht man nur Kentschüsse. Seid ihr? Da seid ihr. Ich sehe euch. Okay, komm. So, du erkennst, ähm, Lager erkennt man vor allem gut im Dunkeln, weil da ist halt eben Lagerfeuer. Meine Ringe. Es leuchtet. Ich will jetzt eine Höhle finden. Ist das so wie Cave sozusagen? Hm, und da ist... Da ist auch eine. Aber ich bin low, das heißt, du müsst die Beds ohne mich kennen. Ich guck sie einfach einmal. Stirb doch! Da. Erhielt das noch einer. Iron. Da kam grad was, ähm, irgendwer von uns hat was zum Identifizieren aufgesammelt. Frog, wie der Frog. Frog, wie der Frog. Und ich sehe in Frage. Ja, du hast ein grünes Item eingesammelt. Haha. Leftover. Das gibt's bei Pokémon. Leftovers sind Überreste. Wirklich? Ja, Mann. Sag mal auch nicht, wenn man beim Allmessen das Über hat, dann auch nicht da zum Leftovers oder so. Ja, ich sag mal nicht. Dazu sagt man Überreste. Bäume zu Bäume zu Bäume. Dazu sagt man Überreste, Freundchen. Oh, oh. Was bringt das? He, das ist einer das? Ah, nee, er auch. Das ist ein Freund. Boah, so ein Nigger, Alter. Oh, sicher, Digger gesagt. Ein Rassist. Oh, oh. Achtung. Nicht dazu nah rangehen. Der ist stark. Er hat einen Fokus. Oh, nicht. Nein. Hier können wir uns Pennen legen, glaube ich. Ah, doch nicht. Mir scheißegal, ob ich mich Pennen legen kann. Ich will da das Feuer benutzen. Und ich will diesen Beatle loswerden. Wofür kann man das Feuer benutzen? Zum Bratis und Sachen. Ja, er hat aufgehört zu chasen. Oh, ich kann Pötze machen, Alter. Die Ananas-Dinger. Du kannst die Ananas-Dinger und so weiterverarbeiten zu Muffins und Slice. Muss ich da jetzt echt 50 mal draufklicken oder kann ich das irgendwie Auto? Okay, du musst da 50 mal draufklicken, das ist der Nachteil. Ja. Aber es ist halt im Essen. Und wie viel bringt's? Das ist halt auch ein Eifer, ne? Ja, das hält dich immer voll. Jeder einzelne Muffin? Mhm. Also, im Moment, das steht immer dran, wenn du da dran guckst, das bringt, die Pineapple-Slice bringen 100 und der Muffin 110 AP. Ja, okay. Kannst du mal Kuh drücken? Oh. Siehst du? Kuh. Das wird auf deine Kuh gelegt, das Essen. ... ... ... na, 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 pächer wache. Oh najaka, nein, na, na. Na, hä! Na, halt? Oh, na, na, na. Das ist Radio wie er wird um der Zeit als ob es das Essen machen solange die Taschen um ja es bleibt aus dem Tränken da weiß ich nicht was drin ist okay und jetzt was man jetzt klick ich wieder jetzt weiß ich was es ist das sind meine Bildern Dingsserben und ich muss dabei stehen bleiben wo ich bin fertig ich brauche nicht mehr ich bin schon zu besitzt auf so Stahl auf so einem Stuhl was er was benutzt ich weiß ich werde immer dann mit Scho hin aber es ging nicht oh stimmt man kann die ja alle gleichzeitig machen auf nach Norden ach so Ollum sitzt ja die ganze Zeit auf dem Stuhl Ajo ist aber kein Putz mehr folgt Foggy sind right hinter dir naja wie lange kann man seinen Namen überhaupt machen ich dachte gar nicht dass es geht dahin dahin da leuchtet was ich hab keine Leuchten das ist immer auf Lagerfeuer das sind nie Gegner aber dahin ist irgendwie nichts oder eh das ist noch nicht gespawnt von mir ich hab was gefunden ach ne ist nur so eine Statue mhm kann auch einfach sein dass es was was hast du gefunden Wuhn